Also mein Ressort erfasst ja einige Bestandteile. Gesundheit ist auch noch ein Anteil. Gesundheit, Jugend, Familie und Integration. Das sind Themen, die uns an der Basis im Leben bewegen. Und ich denke mir, das ist schon gut, wenn da politische Stimme da ist. Das ist natürlich schwierig, weil es alles Themenbereiche sind, wo die Leute von sich aus aktiv werden müssen. Und offensichtlich wird an die Politiker heutzutage immer mehr die Forderung gestellt, auch Leute ins Tun zu bringen. Diese Forderung ist da und es ist wirklich sehr schwierig und es geht meiner Meinung nach nur im direkten Eins-zu-Eins-Grund. Mir ist es immer wichtig, auch im Zusammensein mit den Menschen zu vermitteln. Ich bin genauso Mensch mit den gleichen Themen und möchte ihnen auf Augenhöhe begegnen. Und meine Aufgabe ist es, in der Stadtpolitik diese Bedürfnisse, die da sind, so einzubringen, dass wir handeln können. Aber wieso ist es so schwierig, heutzutage Menschen so ins Tun zu bringen? Ich denke jetzt einmal an die Gesundheit. Ist man so übersättigt? Ist man so abgelenkt vom Leben rundherum, dass man an sich selbst gar nicht mehr denkt? Das ist sicher ein großer Anteil in der Thematik, ja. Solange Gesundheit da ist, ist es ja kein großes Thema. Wenn es einmal nicht mehr so da ist, dann versuchen wir darüber nachzudenken, wo wir denn an den Stellschrauben drehen können, dass das wieder funktioniert, dass Gesundheit wieder funktioniert. Es ist sicher unsere hektische, schnelllebige Zeit. Erwartungen an uns, die wir teilweise nicht erfüllen können, die mit unserer Gesundheit zu tun haben. Es ist einfach so. Hier gilt es auch schon sehr früh anzusetzen mit Gesundheitsbewusstsein, auch im Sinne von Bindungsförderung. Bindung und Beziehung zwischen Menschen hat immer mit Gesundheit zu tun. Immer. Und das Bewusstsein ist teilweise nicht da. Und solange nicht da, solange es uns gut geht. Es gibt sehr viele Aktionen vom Bund und vor allem auch von den Ländern. Was bleibt jetzt für Sie noch übrig, als Stadträtin selbst aktiv zu werden? Ja, wir haben schon einen eigenen Handlungsspielraum auch noch und müssen nicht nur auf die Aktionen vom Bund und Land zurückgreifen. Wir können durchaus eigenständig entscheiden, ein Angebot um die Bevölkerung zu richten. Ob es das annimmt, ist natürlich die andere Frage. Und es bleibt trotzdem, ich möchte es noch einmal auf die grundmenschliche Ebene herunterbrechen, der direkte Kontakt. Immer wieder im Gespräch präsent sein. Erlebe auch wieder in meinem Beruf, ich bin direkt in den Familien drinnen. Ich bin mit den Großeltern beschäftigt, die dann kommen und das Baby besuchen. Und da immer wieder in die Richtung aktiv zu sein, mit Worten, mit den Menschen auch zurückspiegeln, dass sie kompetent sind in dem Bereich und dranbleiben sollen. Und das setzt sich dann fort im Kindergarten, in der Schule, mit den Erwachsenen. Also es ist der direkte Kontakt an der Basis immer wieder. Wenn wir einen Schritt in der eigenen Kompetenz gehen, verankern wir das in unserem Gesundheitsbewusstsein ganz anders, wenn das von oben kommt. Jetzt ist es nun so, Sie haben es schon erwähnt, dass Sie von Beruf aus Hebamme sind. Spüren Sie da diese Eigenkompetenz? Ja, das spüre ich sehr stark. Wir sind schon in einer Gegend, wo aufgrund der ländlichen Strukturen auch Familiennetzwerke gegeben sind, die auch zur Unterstützung beitragen, um dieses große Werk Familie gut gelingen zu lassen. Trotzdem merke ich natürlich die Zahl der alleinerziehenden Mütter, wird mehr Patchwork-Familien mit allen Themen, die sie aufwerfen, belasten auch Beziehungen. Und auch hier braucht es noch wesentlich mehr Unterstützung. Und da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, da hinken wir nach mit einem Angebot, weil eben gerade diese Netzwerke in der Familie, so wie sie waren, nicht mehr so vorhanden sind. Welches Angebot könnten Sie sich da vorstellen? Unterstützung der Familien, so wie sie es ansatzweise in der Dorf- und in der Familienhilfe gibt, sollte in einem breiteren Rahmen verfügbar sein. Wenn eine Frau ein Problem hat, allein erziehend ist, vielleicht krank wird, ist es sehr schwierig, akut dafür zu sorgen, dass sie in der eigenen Wohnung, im eigenen Umfeld mit ihrem Kind Hilfe und Unterstützung bekommt. Das geht so nicht. Das sind Ausnahmesituationen. Da hätte ich das Gefühl, wäre ein weites Betätigungsfeld auch der großen Politik, Netzwerke aufzubauen, um hier Hilfestellung zu leisten. Wie steht Weithofmann der Ips zur Integrationspolitik? Wie ist der Ist-Stand? Haben wir noch Flüchtlinge zu erwarten? Sie sind ja eigentlich kaum sichtbar im Stadtgebiet. Oder reduziert sich das? Es wird sich nicht reduziert. Das ist ganz klar. Und wenn wir allen Quartiergebern, allen Interessenten freihand lassen würden, würde die Zahl sehr steigen. Mir geht es jetzt um die menschliche Komponente. Und da glaube ich schon, dass es eine Grenze braucht, um genau wie in allen anderen Bereichen, die wir vorher schon angesprochen haben, auch in Beziehung zu treten mit den Flüchtlingen. Es funktioniert nicht, wenn die auch in einem Quartier gut untergebracht sind, mit Wärme, mit Essen und sonstigen. Die brauchen genau diese menschliche Beziehung. Die Menschen sind traumatisiert. Die haben einen völlig anderen kulturellen Hintergrund. Und das braucht Annäherung. Und das geht nur in der 1 zu 1 Betreuung. Also ich bin der Meinung, die Asylwerbe, die wir da haben, soll in einer 1 zu 1 Betreuung landen, damit das gelingen kann. Und wir müssen uns fragen, wie gelingt es? Also das heißt, es gibt genug Quartierangebote und Sie könnten auch noch wesentlich mehr Flüchtlinge hier in der Region unterbringen. Ja, was die Asyl-, also was die Flüchtlinge betrifft, wird sicher genug Interesse geben. Jetzt sind mittlerweile über 120. Knapp 200. 200 sind es schon in der Region und die Situation hat sich eigentlich nicht verändert. Das heißt, die Flüchtlingsprogramme dürften hier in der Region greifen oder verstecken die sich? Die greifen sich, aber es ist schon so, wie Sie sagen, es hat damit zu tun, dass es kein neues Thema für uns ist. Das ist so ein sanftes Hineingleiten in die Materie gewesen, weil es diese öffentlichen Quartiere schon wesentlich länger gibt und weil das aus der Situation heraus entstanden ist, ja, Jugoslawien-Krise, das war so nahe. Und das ist das Land, wo wir auf Urlaub gefahren sind. Das hat uns nicht weder. Das war so dieses, die Betroffenheit dieser Nähe und dass die Tatsache, dass uns die Kultur bekannt ist, hat es leicht gemacht und das ist schon die Basis für die jetzige Situation. Es ist kein neues Thema. Frei nach einer deutschen Politikerin, schaffen wir das? Ja, wir müssen es schaffen. Sind die Voraussetzungen in Methofen gegeben? Ja, die sind gegeben. Oder wünschen Sie sich noch etwas? Ich glaube, man kommt auch im Tun noch drauf, dass es einige Wünsche gibt. Das ist keine Frage. Es ist wirklich der Wunsch des Wohnraums, wo wir auch mit den Playern, die da eine Rolle spielen könnten, an ein Konzept feilen. Es kommen Flüchtlinge, Asylwerber, die hochqualifiziert sind, die einmal zu screenen und zu schauen, wie schaffen wir es, dass diese Menschen schnell dann zu einem Arbeitsplatz kommen, wenn sie ein Bleiberecht haben, aber auch Wohnraum kriegen. Dazu sitzen wir auch alle an einem Tisch und feilen an einem Modell. Da sind wir eh wirklich gut dran. Und darum ist es für mich so wichtig, dass es wirklich ein politisches Thema der Stadt ist. Dass wir alle an einem Strang ziehen und dass wir uns damit auch identifizieren. Anneisst ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020